Hey, hier ist Max von Max Eps und es kommt zu einem neuen Video von mir heute spiele ich die App Angry Birds Go zum ersten Mal auf einem Kanal und dann würde man sagen fangen wir auch schon direkt an, ich weiß nicht wie man das ja alles macht Seedway ich würde sagen fangen wir da direkt mal an okay, so eine kleine Bildergeschichte hier am Anfang oh man, jetzt voll war mir beim Zimmer, weil es draußen übelst warm ist ich glaube hier auch gleich nochmal aus und wie macht man das so genau dann müsste man glaube ich auf jeden Fall gut, dann mach ich mal einfach weiter, Speicherfall fast voll ja egal oh, mach ich mal weiter und ja, am Anfang ist es eigentlich recht einfach oh, hier sind so ein bescheidiger und paar Münzen oh, der Drift sieht ja richtig ich hoffe man kann die auch irgendwie upgraden, die Wagen ich hab das mal so ein bisschen bei Ash zuguckt ich bin jetzt irgendwie auch manchmal und ja, um man kann sogar zwei auf einmal einsammeln, was das hier wow der geht ja da richtig ab zum, dann ist er weg und dann machen wir hier mal um die Kurve rum wow das geht ganz gut gerade und das war auch schon das Ziel das war ja mal zack, einfach ja ich finde das macht echt Spaß gerade wenn man nachher so ein richtig gutes Auto hat so richtig gut alles upgrade und hier wieder irgendwas, das ist eine Geschichte oder so mit dir erzählt okay machen wir doch mal weiter ähm upgrade geschwindige Erbschleunigung oh okay ich würde sagen wir spielen einfach mal weiter was kann man, wenn nur das da kann man auch nachher irgendwie andere Spielmodis freischalten und dann sammelt man man läuft einmal Früchte und so ein wo bin ich hier in der Mitte drei zwei eins zack bumm oh nein alles nicht inhaltig so unfair zack bumm bumm wow der ist ja richtig weggeflogen ja was ist ja immer noch neben mir das geht ja gar nicht muss ja alle abhängen alle weil wir halt viel vererst werden das wäre ganz Neue halt also mit eingesammelt oh ein bisschen driften auch aneim, nicht unbedingt mit den driften ich habe das Gefühl, er wird ja einfach ganz einfach gar nicht drifft die ganze Zeit ich weiß das nicht genau aber wenn ihr ja dass meine ich mit diesem driften einfach so weit geschafft und falls ihr denkt warum ich die ganze runde guckt ich habe hier mein handy ist das ja ich will direkt über das handy gerade zwei sterne nicht drei upgrade ja das machen wir mal stärke schweinigung geschwindigkeit müssen wir sagen machen wir direkt mal ein zeitrennen auf zeit auf jeden fall weiß nicht mehr genau wie das funktioniert ach so man muss da haben muss das in so einer bestimmten zeit schaffen da oben sieht man das auch noch mal also eine zeitliste nicht liste sind zeitstrahl und wenn man gegen diese eisblocke fährt dann verliert man das verliebe halt von dieser zeit etwas das ist natürlich nicht gerade vorteilhaft wenn man etwas zeit abgezogen das ist nicht ganz so cool und praktisch und ja ich komme klar geschafft am ende wurde echt ein bisschen brenzlig so aber naja was soll ich glaube ich habe das level geschafft mit zwei sterren ich weiß aber nicht wie gut das ist ob das sehr gut ist oder so naja werde ich ja irgendwann mal herausfinden kurvenlage das möchte auf jeden fall aufbessern jetzt kann ich mir nicht vielleicht hätte nur 37 münzen und machen immer früchte ja das ist ja mal interessant an ich habe dann muss man so eine früchte früchte aufsammeln habe oben so leiste und wenn die voll ist dann sind dann noch münzen und man hat es geschafft so glaub ich war das ja das ist immer so gut aber möglich viele früchte einsammeln dann machen wir alles richtig schön viele wenn so eine zweier reihe ist und das ist immer ganz praktisch da kann man da in der mitte fahren soll man schon beinahe auf einmal das wäre dann schon mal easy geschafft richtig gedriftet naja mehr oder weniger halt und ja auch gleich schon wieder ein ziel diese bahn ist ziemlich kurz finde ich aber auch spaß das ist ein lustiges spiel die musik ist auch gut geschafft das war ja einfach stärker auf jeden fall aufbessern und ja dann würde ich sagen spiege jetzt aber noch ein bisschen weiter test ist ein bisschen noch und damit würde ich sagen dass wir bis zum nächsten mal euer max tschüss